Hallo, hier ist Nicole, der Rasenreporter von, nee, von Eberkopf. Smarty hat hier gerade die Losbox gedreht und hunderten Zuschauern, Zuhörern Gewinne beschert. Die dürfen jetzt alle zu Stars for Frieden. Los, Smarty. Zeig mal, wie du's gemacht hast. Los. Und, 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 und nochmal. Und nochmal. Ja, fein. Und der Ton hat mal gekohlt, jetzt hat er keinen Bock mehr, kann man schon verstehen. Hat er aber super gemacht. Ja, und wie sieht unsere nächste Voting-Aktion im Internet aus? Was ist die nächste Frage? Die nächste Frage ist, wer soll zum Schein verletzt werden? Elvis oder Sunny? Schauen wir mal. Und ich kann noch sagen, wenn mehr als 50 Personen mitmachen, du kannst ja den Mund so bewegen, als wäre ich das, dann gibt's einen Kalenderposter zu gewinnen von 2010. Das kommt jetzt in einem Monat raus und du bist dann der Glückliche, der es als Erster per Post bekommt. Also mach mit. Mit, 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 mit. Genau, mach mit. Und hier ist jetzt noch eine Weintrub. Ja.